Hallo, ich bin der Nico von den Autolackaffen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Quick & Clean, einfach schnell erklärt. Heute mit dem Thema, die richtige Felgenreinigung. Vorweg noch ein paar Worte von mir, vielleicht allgemein oder auch schon mal ein bisschen zur Erklärung. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, brauchen wir überhaupt einen Felgenreiniger? Ich kann erstmal dazu sagen, kommt drauf an, eher ja. Warum ich das so sage, erkläre ich euch jetzt. Es gibt viele Kunden und viele Zuschauer, die mir sagen, ja, ich habe versiegelte Felgen, ich benutze keinen Felgenreiniger. Ich nehme nur Shampoo und Wasser und einen Schwamm oder eine Felgenbürste. Das kann man definitiv so machen, die Felgen bekommt man meist zu sauber. Aber ich möchte, oder ich will euch erklären, warum es auch Vorteile hat, trotzdem einen Felgenreiniger zu benutzen. Wenn ihr einen Felgenreiniger benutzt, der pH-neutral ist, wie wir ihn auch im Video zeigen und ich euch auch gleich erklären würde, was den Unterschied macht, macht es durchaus Sinn, den auch auf versiegelten Felgen zu benutzen. Zum einen spart ihr euch einfach Zeit bei der Reinigung, weil diese Reiniger schneller reinigen. Und zum anderen sind diese Reiniger nicht so aggressiv, dass sie die Versiegelung zerstören oder in irgendeiner Form abschwächen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn es eine sehr schwache Versiegelung ist, die vielleicht nicht unbedingt als Felgenversiegelung geeignet ist, dann schon. Aber wir gehen ja erstmal davon aus, dass ihr eure Felgen mit einer Felgen- oder einer hochwertigen, hitzebeständigen Lackversiegelung versiegelt. Es hat noch einen zweiten Vorteil, auch bei versiegelten Felgenreiniger zu benutzen. Der liegt einfach darin, dass ich gerade, wenn die Felgen versiegelt sind und der Schmutz nicht fest anhaftet, ihn meistens schon nur mit dem Reiniger abspülen kann. Das bedeutet, ich muss mechanisch gar nicht an der Felge arbeiten. Was immer ein Vorteil ist, es ist wie beim Lack. Je weniger ich mechanisch, also durch Reiben, Bürsten, Pinseln, mit einem Schwamm bearbeiten, in welcher Form auch immer, an die Oberfläche ran muss, desto weniger wird sie auch belastet. Dabei hilft euch der Reiniger einfach, weil er losen Schmutz fast komplett umwandelt und abspülbar macht, sodass ihr am Ende versiegelte Felgen nur einsprühen, wirken lassen und abspülen müsst. Deswegen empfehlen wir euch auch, bei versiegelten Felgenreiniger zu verwenden. Bei nicht versiegelten Felgen sowieso, weil sonst der Schmutz einfach schwer abgeht. Jetzt nochmal kurz zu der Art des Felgenreinigers. Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Arten auf dem Markt. Die erste Art sind alkalische Felgenreiniger. Davon raten wir erstmal grundsätzlich ab. Grundsätzlich heißt immer, es gibt Ausnahmen, aber für den Endanwender raten wir davon ab, weil alkalische Reiniger sehr stark konzentriert sein müssen, also sehr alkalisch sein müssen, um zu wirken. Das liegt einfach daran, dass Basen, also die Grundlage der alkalischen Reiniger, besonders gut Fette und Öle lösen, aber bei Metallen ihre Schwierigkeiten haben. Deswegen müssen sie sehr hoch konzentriert sein. Die zweite Kategorie sind säurehaltige Felgenreiniger. Die funktionieren an sich vom Prinzip her sehr gut. Häufig verwendet man da Salz- und Phosphorsäure. Kurz gesagt, schaffen die es mit dem Eisen, was ja Bremsstoff ist, Eisenoxid zu reagieren, das Wasser löslich zu machen und zu entfernen. Denn ein großer Nachteil in sauren Felgenreinigern ist, dass sie meistens sehr aggressiv sind und auch die Oberfläche angreifen. Das gilt dann auch für die alkalischen. Das bedeutet, dass diese Produkte die Oberfläche aufrauen, eben weil sie sie anätzen, wenn man so möchte. Klingt sehr dramatisch, ist aber in einem ganz kleinen Bereich so. Dadurch geht die Felge kaputt, wenn man es falsch macht sowieso, aber selbst wenn man sie richtig anwendet, wird die Felge immer ganz leicht aufgeraut. Das passiert übrigens auch in der Waschstraße und ist auch da sogar so gewollt, weil eine raue Oberfläche schneller wieder verschmutzt. Die Felgenreiniger, die wir euch empfehlen und die wir auch selbst verwenden und die auch in unserem Felgenreinigertest, wir verlinken ihn hier nochmal, gewonnen haben oder die ersten Plätze belegt haben, sind die sogenannten Fallout Remover. Das sind meistens pH-neutrale Felgenreiniger. Ob man jetzt pH-neutral auf die Haut bezieht, weil man sie ja irgendwie an die Hand bekommen kann, auch wenn man Handschuhe tragen sollte, oder auf Wasser, spielt dabei keine Rolle. Sie sind relativ pH-neutral. Die funktionieren über eine Substanz, die enthalten ist, die mit dem Eisenoxid, also dem Bremsstaub, reagiert. Diesen Wasser löslich macht und der dadurch einfach entfernt werden kann. Durch die Inhaltsstoffe wirkt dieser Reiniger eben speziell auf den Schmutz und belastet die Felgen am wenigstmöglichen, sage ich mal. Deswegen empfehlen wir ihn euch, weil er einfach relativ neutral ist, super gut funktioniert und die Felge erstmal grundsätzlich nicht belastet oder zu sehr angreift, wenn man ihn auf dem Etikett beschriebene Weise anwendet. Wie man das macht, zeigen wir euch jetzt im Video. Jetzt geht es ans Eingemachte. Auf geht's! Zum Felgenreinigen benötigen wir also einen Felgenreiniger, Felgenpinsel oder alternativ einen Mikrofaserhandschuh, Felgenbettbürste, Reifen- und Felgenbürste, einen Eimer mit Shampoo-Wasser und einen Hochdruckreiniger. Im ersten Schritt sprühen wir die Felge gründlich mit Felgenreiniger ein. Diesen lassen wir drei bis fünf Minuten reagieren. Sollte die Felge besonders sandig oder schlammig sein, spülen wir jetzt erst einmal ab und bringen erneut Felgenreiniger auf. In unserem Fall ist die Hauptkontamination Bremsstaub. Während der Felgenreiniger reagiert, tauchen wir die Reifenbürste ins Shampoo-Wasser und säubern anschließend die Reifenflanke. Ist die Reaktion des Felgenreinigers abgeschlossen, nehmen wir den Pinsel zur Hand und reinigen den Felgenstern ausführlich. Bei unempfindlichen Felgen wie normalen Alufelgen, nehmen wir hier die Felgen- und Reifenbürste mit viel Shampoo-Wasser. Auch den Pinsel waschen wir während der Reinigung immer wieder im Shampoo-Wasser aus. Darauf folgt die Reinigung des Felgenbettes mit einer speziellen Felgenbettbürste. Dabei achten wir darauf, wenig bis keinen Druck auf die Felge zu geben, um Kratzer zu minimieren. Auch hier wieder regelmäßig ausspülen. Mit dem Mikrofaser-Handschuh waschen wir nun nochmals über den Felgenstern. Alternativ kann hier auch der Pinsel zum Einsatz kommen. Je nach Felge waschen wir auch die Speichen von hinten. Im letzten Schritt spülen wir die Felge gründlich mit dem Hochdruckstrahl ab. Bei den meisten Felgen kann auf eine anschließende Trocknung verzichtet werden, da nur wenige Felgen zu Wasserflecken neigen. Viel Spaß beim Nachmachen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017